Die finsteren Kreaturen, die in den Trümmern der Erde hausen, werden nicht leicht zu besiegen sein. Ein Abenteurer braucht darum Waffen von großer Macht, so wie die Klinge Chaos Eater. Dies uralte Schwert trennt Mark und Bein und der Mond wird wie Blut. Chaos Eater und sein Meister trotzen den Legionen der Hölle und kommen die Erzdämonen zu richten. Einige Kreaturen werden am besten mit roher Gewalt bezwungen. Andere müssen aus der Entfernung besiegt oder vom Himmel gerissen werden. Und kein Arsenal ist vollständig ohne die Waffe, die der Tod selbst bevorzugt am großen Tag des Zorns. Halte deine Waffen geschärft und bereit Krieg, denn Himmel und Hölle haben sich gegen dich verschworen. Und du reitest allein von Ewigkeit zu Ewigkeit.